Musik So, das Tosh Pyro Top 43 Raketensortiment Ja, alles drinne, von klein bis groß, hier sogar mit Kugelkopfraketen 43 Raketen, ich habe es gekriegt für 25 Euro Wir haben hier in dem Raketensortiment eine NEM von, das ist schwer zu lesen Ich glaube 600 irgendwas, 672,2 Gramm, also ordentlich was Ja, dann nehmen wir uns einfach mal ein paar raus und testen die Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video So, die Tosh Pyro Raketen, von jeder Größe mal eine, insgesamt 6 oder 7 Stück Weiter geht's hier mit einer Kugelkopfraketen aus dem Set Hammer geil Weil die so schön war noch ein Nippenbücher Jetzt nehmen wir mal eine mittlere Beziehungsweise aus der mittleren Größe So, und jetzt zum Schluss haben wir noch zwei ganz große Und die letzte Ja, auf jeden Fall ein mega geiles Raketensortiment Also wirklich alles bei Also nur zu empfehlen Krasses Teil, mega krass Danke Danke